Rote Rosen, Anke erwischt Florian und Katrin im Bett Es wird dramatisch bei Rote Rosen. Florian trennt sich von seiner langjährigen Freundin Anke und findet ausgerechnet Trost bei seiner Ex-Frau Katrin. Das Liebesdrama um Anke, Anne Brentler, Katrin, Nicole Ernst und Florian, Stefan Plepp, spitzt sich bei Rote Rosen immer weiter zu. Nachdem seine damalige Frau ins Koma gefallen war, feint Florian in ihrer besten Freundin Anke eine neue Partnerin. Sieben Jahre führten die zwei eine harmonische Beziehung, bis Katrin erwachte und Florians gefühlsweltmächtig auf den Kopf stellte. Bei einem gemeinsamen Spaziergang schwelgen Katrin und Florian in alter Erinnerung und können die tiefe Vertrautheit zwischen ihnen nicht weiter verleugnen. Von dem Moment ergriffen, küsst Florian seine Ex-Frau sehnsurzvoll. Dass das jedoch nicht nur der Situation, sondern echter Gefühle geschuldet war, muss Florian wenig später erkennen. Rote Rosen, Florian trennt sich von Anke Um seine Beziehung mit Anke zunächst nicht zu gefährden, versichert er Katrin, dass der Kuss nichts zu bedeuten hatte. Dass er damit nicht nur seiner Ex-Frau belügt, sondern auch sich selber, kriegt besonders Anke schmerzlich zu spüren. Die zunehmenden Streitigkeiten und seine Gefühle für Katrin lassen Florian eine folgenschwere Entscheidung treffen. Schweren Herzens trennt er sich von Anke, die bis dato keine Ahnung hat, was zwischen ihrem Partner und Katrin passiert ist. Währenddessen gesteht Florian seiner Ex-Frau, dass sie der Grund für seine Trennung ist. Dieser ist gerührt von der Offenbarung, will zunächst aber nicht weiter auf ihren Ex-Mann eingehen. Wie schnell sich Vorsätze ändern können, wird Katrin bald feststellen. Als Hannes ihr eine alte Kutsche zum Tausch anbietet, im Traum hat Florian Katrin in einer solchen Kutsche geküsst, wirft Katrin ihre Vorbehalte über Bord und lädt Florian zum Essen ein. Anders als erwartet endet der gemeinsame Abend im Bett von Florian. Nach einer heißen Nacht werden sie am nächsten Morgen ausgerechnet von Anke erwischt. Die ihren Augen nicht trauen will, ist ihre Zukunft mit Florian damit ein für allemal verloren? Ob Katrin und Florian wieder ein Paar werden, erfahren wir schon bald, immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD.